Der Tank von dem C63 ist jetzt komplett leer. Und jetzt mal gucken, wie teuer die Tankfüllung bei dem ist. Und bevor jemand was sagt, ja, ich tanke, ist super plus. Also der Verbrauch ist von heute einfach 27 Liter auf 100 Kilometer, heiliger Bim Bam. Ich bin ja gestern von Göttingen hier nach Potsdam gefahren und dann war der Tank einfach leer. Jetzt habe ich wieder voll getankt und der hat 103 gekostet, also 103 Euro. Ich habe also von der Strecke von Göttingen nach Potsdam einfach über 60 Liter reifft. Also mit dem Auto zu fahren, das macht so Bock. Und der Sound ist so heftig, aber da kannst du dir ja eine Tanksäule hinterherziehen. Bevor jemand irgendwas sagt, das Auto ist natürlich nicht mein. Das habe ich mir ausgeliehen fürs Wochenende jetzt von der Autovermietung Kapteiner in Kassel.